Hier meldet sich Berlin. Meine genaue Position beträgt in diesem Augenblick 207 Meter über dem Berliner Alexanderplatz. Ich befinde mich auf der höchsten Baustelle unserer Hauptstadt, dem Fernseh- und UKW-Turm der Deutschen Post, der in seiner Gesamtgröße bereits die Höhe des Pariser Eiffelturmes übertroffen hat. Wo ich hier stehe, werden in einem guten Jahr die ersten Gäste des Turmcafés sitzen und Berlin aus der Vogelperspektive betrachten. Hier werden zurzeit die Außenhaut-Elemente montiert. Am 3. Oktober 1969, zu Ehren des 20. Jahrestages der Gründung der DDR, wird der Fernsehturm eingeweiht. Die Feier soll ein Signal des Fortschritts sein. Das zweite Fernsehprogramm der DDR startet. Stolz erhebt sich im Zentrum der Hauptstadt der DDR, dieser Fernseh- und UKW-Turm. In gewissem Sinne symbolisiert er die gewaltigen Leistungen unseres werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus. Ich möchte deshalb nicht nur den Bauschaffenden, Ingenieuren und Architekten, sondern allen Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik für ihre großen Leistungen beim sozialistischen Aufbau in dieser Stunde den herzlichen Dank aussprechen. Applaus Applaus